. Ewig beste Freundinnen, Kim teilt Big von Kikago und True. . Kikago West und True Thompson sind offenbar nicht nur Cousinen, sondern auch BFFs. Diesen Anschein erweckt zumindest der zuckersüße Schnappschuss des Mädels-Duos, mit dem Kim Kardashian, 37, derzeit das Netz verzaubert. . Nachdem ihre jüngere Schwester Kylia Jena, 20, angekündigt hatte, das Gesicht ihres Babys Stommy aus Privatsphäregründen nicht mehr zu zeigen, gingen die Fans auf die Barrikaden. . Gibt es zukünftig etwa auch von den übrigen Sprösslingen des Keping-Up-Wittek hat des Jans-Clans keine Bilder mehr? Gab jetzt jedoch Entwarnung. . Sie postete das entzückendste Pick von ihrer Tochter und ihrer Nichte Eva. . Auf ihren Sozial-Media-Plattformen Instagram und Facebook teilte die 37-Jährige das niedliche Foto, auf dem die beiden Miniladis Herzer liebst auf einer Kuscheldecke herumkrabbeln. . Beste Freundinnen fürs Leben, schrieb die Dreifach-Mami neben das Bild. . Und, das Baby ihrer jüngeren Schwester Chloe Kardashian, 34, trennen nur wenige Monate als Unterschied – kein Wunder, dass ihre beiden Promimütter die zwei miteinander aufwachsen lassen. . Immerhin verbindet auch sie selbst nicht nur Geschwisterliebe, sondern auch eine innige Freundschaft. Bei ihren Followern löst die Momentaufnahme jedenfalls wahre Begeisterungsströme aus. Oh mein Gott, diese Babys sind einfach zum Anbeißen. . Ich liebe das Foto, lauteten nur einer der unzähligen Kommentare unter dem Post. . Zur Zeit versetzt die sonst so wohl geformte Schönheit ihre Bewunderer allerdings in große Sorge. Die neuesten Fotos lassen erahnen, dass sie mächtig an Gewicht verloren hat. . Angeblich soll sie nur noch 53 Kilo auf die Waage bringen – viel zu wenig, wenn es nach ihrer Modelschwester Kendall Jena, 22, geht. . . . . . . . . .